Welche Zutaten braucht man für einen großen Film? Eine fässernde Filmmusik. Spektakuläre Locations. Dramatisches Licht. Scharfsinnige Dialoge. Wir sind hier nicht allein. Es gibt da draußen noch was. Definitiv, ich hab's gesehen. Liebe. Konflikte. Mystery. Drama. Geistreicher Humor. Wie komm ich zur Carnival Hall? Sie müssen üben, Lady, Sie müssen üben. Danke. Special Effects. Eine Verfolgungsjagd. Klare Anweisungen. Eine unterschwellige Botschaft. Etwas zum Filmen. Und den Hauptdarsteller. Die ganze Welt ist eine Bühne. Und alle Männer und Frauen bloß Spieler. Und Cut.